Oh mein Gott, es ist episch, wie die N-T schon sagt. Leute, was episch ist, was wollt ihr wissen? Schaut auf meinen Kanal. Wir haben fast die 200 Abonnenten geschafft. Ja, wir. Dank eurer Hilfe sind es fast 200 Abonnenten. Und zu diesem Anlass habe ich mir überlegt, so ein Special wäre nicht schlecht. Da mir persönlich nicht so viel eingefallen ist, Marco auch nicht, ich habe die anderen Leute gefragt, auch nicht so viel eingefallen ist. Ich habe mir jetzt überlegt, ihr dürft das 200 Abonnenten Special bestimmen. Ihr schreibt einfach unter dieses Video Kommentare, was ich als 200 Abonnenten Special machen soll. Es ist egal was, ich werde einfach gucken, was mir am besten gefällt. Vielleicht werde ich auch alles machen, was da unten drin steht. Ja, wir sehen einfach, was dann passiert. Schreibt es einfach unten rein, was ihr sehen wollt. Und dann wird das euer 200 Abonnenten Special, was ihr selber bestimmen könnt. Ich würde sagen, bis dann, euer Klinatum. Alles, was ihr wissen wollt, in der Videobeschreibung, wie zum Beispiel das Bild oder die Musik. Tschüss. Tschüss.